Die deutsche Landwirtschaft steht vor der Herausforderung, die steigenden Anforderungen der wachsenden Weltbevölkerung zu erfüllen und gleichzeitig nachhaltige Praktiken zu fördern. Eine vielversprechende Lösung, die in den letzten Jahren verstärkt eingesetzt wird, ist die Drohnentechnologie für den Pflanzenschutz. Diese fortschrittlichen Geräte bieten den Landwirten effiziente und präzise Lösungen zur Behandlung ihrer Felder. Die effiziente Nutzung von Drohnentechnologie hat das Potenzial, den Pflanzenschutz in der deutschen Landwirtschaft zu revolutionieren. Ein Hauptvorteil der Drohnentechnologie liegt in ihrer Fähigkeit, große landwirtschaftliche Flächen schnell abzudecken. Herkömmliche Methoden erfordern häufig den manuellen oder maschinellen Einsatz von Pestiziden, was zeitaufwendig und logistisch anspruchsvoll sein kann. Pflanzenschutzdrohnen hingegen können über die Felder fliegen und die benötigten Chemikalien gleichmäßig und präzise verteilen. Durch fortschrittliche Technologie sind diese Drohnen in der Lage, autonom zu arbeiten und vorprogrammierte Routen abzuarbeiten. Dies spart Landwirten Zeit und Ressourcen. Ein weiterer entscheidender Vorteil der Drohnentechnologie liegt in der gezielten Anwendung von Behandlungen auf bedürftige Pflanzen. Durch den Einsatz von Sensoren und bildgebender Technologie können Drohnen den Zustand der Pflanzen erfassen und die exakte Menge an Pestiziden oder Düngemitteln aufbringen, die benötigt wird. Dies reduziert den Einsatz von Chemikalien und verringert die Umweltauswirkungen. Die präzise Anwendung ermöglicht es Landwirten auch, Krankheiten oder Schädlinge frühzeitig zu erkennen und gezielte Gegenmaßnahmen zu ergreifen, um den Ernteertrag und die Produktqualität zu verbessern. Darüber hinaus bieten Drohnen den Landwirten wertvolle Echtzeitdaten. Während des Flugs gesammelte Daten zur Bodenfeuchtigkeit, Pflanzengesundheit und Wachstumsraten können in Echtzeit analysiert und ausgewertet werden. Diese Informationen ermöglichen es den Landwirten, fundierte Entscheidungen über das optimale Bewässerungs- und Düngungsmanagement zu treffen, um den Ertrag zu maximieren und den Ressourcenverbrauch zu minimieren. Durch die Digitalisierung und Automatisierung der Datenanalyse können Landwirte schnell auf Änderungen reagieren und präventive Maßnahmen ergreifen, um potenzielle Probleme zu vermeiden. Die effiziente Nutzung von Drohnentechnologie bringt jedoch auch Herausforderungen mit sich. Anfangsinvestitionen für den Erwerb und die Wartung der Drohnen sowie die Schulung der Landwirte in ihrer Verwendung könnten hoch sein. Außerdem müssen rechtliche und regulatorische Fragen geklärt werden, um den Einsatz von Drohnen in der deutschen Landwirtschaft zu ermöglichen. Dennoch sind Experten zuversichtlich, dass die Vorteile der Drohnentechnologie die Investitionen und Anpassungen rechtfertigen. Die effiziente Nutzung von Drohnentechnologie für den Pflanzenschutz in der deutschen Landwirtschaft zeigt großes Potenzial. Diese fortschrittlichen Geräte ermöglichen eine präzise und nachhaltige Behandlung von Feldern. Die Kombination von effizienter Anwendung, Echtzeitdaten und automatisierten Auswertungsmethoden steigert die Produktivität der Landwirte und reduziert gleichzeitig die Umweltauswirkungen. Mit weiteren Fortschritten in der Drohnentechnologie können zukünftig noch innovativere Anwendungen entwickelt werden, um den Pflanzenschutz in der deutschen Landwirtschaft weiter zu verbessern. Die effiziente Nutzung von Drohnentechnologie ist ein bedeutender Schritt in Richtung einer nachhaltigen und produktiven Landwirtschaft.